Den hole ich mir noch. Okay, der Challenge hierbei ist voraussichtlich, sich nicht ficken zu lassen. Hier warten wir natürlich, denn wir sind immer noch gierig wie Sau. Unser zerbrochener Alice Schädel hier. Alice Babyschädel, nein! Scheiße. Komm, ey, nochmal. Ja, wie nett gemacht, dass es genau dann herkommt, wenn man... Das ist ein Scherz. Ich wollte gerade noch voranhalten. Komm, komm, nochmal. Ganz, ganz, ganz. Ja. Ja. Scheiß auf die zwei Zähne. Da siehst du, der Goldene hier, der ist viel... Alter, war das knapp. Also eigentlich hätte er uns... Wiege. Voll runterhauen müssen. Glaube ich. Dreh dich weg, Köppchen, Köppchen. Nicht den Kopf verlieren. Hehe, Wortspiel. Boah, wie der, wie der so weiß, wie der auf den Kopf slide, so... Boah, ja. Ich mache das gerade extra, ne? So, ich drücke gerade hin und her, damit er so geile Moves macht mit seinem Köppchen. Okay. Okay, wir gucken erst mal. Okay. 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 Auf geht's! Okay, was ist hier los? Wir müssen da hoch. Ja, komm. Kein Challenge. Ah, ne Kanone. Ja, das ist diese tolle Kanone, die mit X halten schießt. Ja, ist klar. Oh. Das erinnert mich an Donkey Kong. Ah, ich kann gar nicht so. Okay. Ja, gehen wir volle Rotze einfach mal. Bam. Wie lang? Der muss da hinten rein. Ach, ich kann auch da oben. Ja? Ja. Äh. Ach so, okay. Cooler Kopfchen. Unser cooles Köpfchen. Äh, ich hab echt unser cooler Köpfchen gesagt, ne? Muss ich natürlich gleich entschuldigen dafür, dass meine, meine deutsche Aussprache mal so richtig dran gelitten hat. Weiter geht's. Weiter geht's. Easy. Easy. Shit. Boah, ne. Äh, von da. Ja, nicht übertreiben, ne? Pam, pam. Zack, oben hin. Da hin. Da hin. Shit. Ja? Einfliegen. Ja. Huuuuiiii. Nicht blöd, weiß nicht. Genau den gleichen, den gleichen Fehler nochmal. Zack, hier hoch. Komm, leck mich am Arsch her. Hehehe. Bam. Headshot. Bei dem Teil kriegt Headshot irgendwie voll die neue Bedeutung. Nein, lass mich rüber, lass mich rüber. Lass mit dem Babykopf rüber. Nein, 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 nein. Scheiße. Das war gewollt. Pam. Aber kann ich doch hoch machen? Komm, dann hast du irgendwie nicht geklopft. So, zack. Zack. Also irgendwie kann ich mir die alle schon so bereitstellen, wie ich sie will. Die bleiben mir eh so. Aber Köpfchen mit diesem kommenden Hufeisen-Symbol da drauf. Tredig, tredig. Ui. Booyakalele. Ja? Ach, hier geht's rüber. Ja. Das ist ein guter Erkopf. So. Hier hoch. Aber kein Problem. Und jetzt muss man... So richtig schön da... Boah. So, hol ich mir die Zähne. Meine Zähne. So. Betrachten wir die Lage. Hier hoch. Ja. Und dann... Schnell, schnell, schnell. Ja, fertig. Aber nicht mal so ganz einfach, ne? Nicht mal ganz so einfach. Ja. Ja, ja, ja. Meins. Yes. Bald neues. Bald ein neues. Und dann muss ich ganz, ganz klein Verbrechung machen. Nur ganz kurz. Ja, im Moment. So. Da sind wir wieder... Wie gesagt, kurz was gucken müssen. Und, ähm... Ja, ja, ja. Mach die Tür auf. Sonst geht's ran. Da alle. Äh, ist ja voll eklig, was sie da in die Wand spritzt. Nein. Zum Glück, aber Spar. Aha, hier kann man also nicht raus. Finde ich immer... Ach, schlimm. Also, wenn es jemals irgendein Spielentwickler sehen... Pff, würde ich niemals jemand sehen. Oh. Oh, ho, ho. Niemals, niemals unsichtbare Wände. Niemals. Macht irgendwas dagegen, aber keine unsichtbaren Wände. Wooh. Da hinten geht's lang. Was ist denn da? Was ist denn da? Nichts. Eine unsichtbare Wand. Warte, warte. Jetzt müssen wir nochmal abchecken. Ja, nicht gesehen. Hm. Ja, unsichtbare Wand. Hätt sich nämlich noch anders flächig ausgebreitet. Müssen eh da hoch, also ist scheißegal. Wir haben jetzt aber wieder neue Schweinsnase, was ich ziemlich gut finde. Oh, 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 oh. Was ist das? Neue Waffe? Nee. Hm. Blöd. G-Animal. Pam, 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 pam. Wow. Wie überragend schwer. Denkt dran, Leute. Immer X halten, ne? Ist voll die Lösung. Am meisten hier. Oh. Ja, wir stauben erst mal alle Zähnchen ab. So, und pam, einmal. Ah, shit, schon verkackt. Schon verkackt. Ja, können wir da nicht irgendwie was machen? Nicht? Das finde ich aber ungeil. Warum glüht denn der Kopf so krass? Er sieht es auch. Der Kopf ist richtig hart am Glühen. Zack, zack, drück zielen. Und pam, nochmal. Das war's schon. Läppisch. Läppisch. Achso, das war's noch nicht. Ah. Hm. Anlauf, Anlauf. Shit. Gezielter Anlauf. Ja. Vollkommen normal. Mein Kopf steuert sich. Vollkommen normal. So ist das bei... Ah, fick die Hände, ey. Ich hab Bock auf diesen Dreckszahn. Mühe geb ich mir nicht. Ich krieche, ey. Ja, für einen Zahn, ey, da zieh ich mir nicht, äh, so'n Scheiß rein. Am meisten, weil ich ihn ja jetzt gekriegt hab, das wusste ich ja. Ne? Und es fühlt sich, wie ich bin, ich bin zu nahe, um dich zu lieben. Äh, hallo? Ja, ich wollte grad sagen, wann, wann... Bam! Bam! Müssen wir... Nicht warten noch. Obwohl. Shit. Ich wollte ihn direkt wegnehmen, ihr habt's gesehen, aber... So, ein bestimmtes Spiel hat einfach gesagt, nö. Nö, lassen wir nicht. Lassen wir nicht durchgehen. Cheat. Cheater. Cheater. Piu. So. Zack, auf. Und hier lang. Zähnchen, 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 Zähnchen. Ja. Voll, voll crazy hier. Ah, verkackt. Da lang. Oh, oh, oh. Warten, warten, warten. Pum, rein. Schaffen wir doch. Voll mit dem Kopf gegen Pfosten, ne? Hallo. Lass mich nach oben. Ja gut, ich komm nicht weiter nach oben. Der, der lässt mich nicht. Ja, mal geil, ne? Weißt du, dann hängt das Ding da fest und ich kann da nicht nach... ...oben gehen. Jetzt auf einmal. Ja, ist klar, leck mich am Arsch. Da, hängt schon wieder. Also die Steuerung ist manchmal echt krass verpackt. Muss ich ja echt sagen. Also das ist was, was mich manchmal schon echt richtig genervt hat. Verdammt. Verdammt. Jetzt geht's natürlich, das ist vollkommen klar. Jetzt kann ich wieder nicht nach oben lenken. So, zack, rein, ey. Wuh! Da kann ich gar nicht lenken. So, zack, geschafft. Easy peasy. Bam. Der hat mich mal richtig getroffen. So. Hm. Okay. Dachte ich schon, da wäre irgendwas schweres, aber... No, sir. Hä? Das Ding steht doch immer im Weg. Außer jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie unfreundlich die Dinger sind. Hier behindert einen krank. Okay. Ja. Dann ist mir egal. Dann ist es mir egal. Ach, sie können auf einen vielleicht abdrängen. Das wäre natürlich das Assoziate gewesen, warum die da sind. Bam. 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 Kaputt. Und zurück. Nicht zu voreilig. Wieder raus. Geht wieder nicht nach unten. Ja. Sowas nenne ich, äh, sowas nenne ich, ähm, geschickt, ne? Ich musste das Ding ja gerade eben irgendwie steuern.